Hallo meine Lieben, welches Gefühl löst denn Geld in dir aus? Wie ist dein Verständnis mit Fülle? Wie lädst du die Fülle in dein Leben ein? Hast du es dir erlaubt? Hast du mal geschaut, welche Glaubenssätze und Muster vielleicht sogar von deiner Familie dem entgegenstehen, dass dir die Fülle einfach zufließt, die da ist? Und ein, zwei Herzintegationen können Wunder bewirken und du wirst feststellen, wie viel Zeug in dir steckt, was dir nicht erlaubt, dass die Fülle dir zufließen kann. Eine weitere gute Möglichkeit, um die Fülle, um das Geld ins Fließen zu bringen, ist zum Beispiel mal energetisch deine Kanäle zu reinigen, auf denen das Geld zu dir fließt. Bitte deine geistigen Helfer, stell dir vor, wie all deine Leitungen, Verbindungen, wie die einfach gereinigt werden mit Licht, mit Klarheit, so dass dir die Fülle des Lebens und auch die materielle Fülle ganz leicht zufließen kann.